Sorry, Hannah. Immer noch vermisst. Ach, komm schon! Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Tja, kein Strom. Tja, kein Strom. Okay, now Ein Antwort Ein Antwort Ein Antwort Ein Antwort Sorry, dass du auch noch vermisst wirst Hallo, ist da jemand, hallo, bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören, bitte, wir brauchen Hilfe, over, over, scheiße Hallo Oh mein Gott, zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte Hallo, will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County Wir haben eine sehr schlechte Verbindung, sprechen Sie bitte langsam und deutlich, over Bitte, 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 Hilfe, oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain und hier ist ein Psychopath Können Sie mich hören, hier holen Sie Ihre Nachricht, es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen Wir brauchen Hilfe, bitte Hallo Können Sie sich bitte identifizieren, over Oh mein Gott, okay Hier ist Mein Name ist Emily Hallo Ich empfange Sie nicht deutlich, bitte wiederholen, over Wir sind am Blackwood Mountain bei der Skilodge Hier ist ein Killer, er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen Ich höre Sie, Mom Bitte bleiben Sie auf Position Wir schicken Hubschrauber, die Sie da rausholen, so weit der Sturm sich gelegt hat Over Was? Von, wie lange? Morgen, so früh es geht Nicht vor dem Rollen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh mein Gott, er ist hier, er wird nicht umregnen Oh, Mann! Oh, mein Gott! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Scheiße! Shit! Oh, shit! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Was ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Chris! Was? Chris, ich wollte nur sagen, was bei einem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp! Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke. Danke ich. Ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay? Ich... Ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Ja, ich muss mich... Ja, ich muss mich auch für dich. Aber... Ich bin wirklich... Ich hole de messages, andere... ... in der Tasche, die... Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nah. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Was soll das? Das ist so abartig! Das ist wirklich gruselig! Warte mal kurz! Hast du das gerade gesehen? Äh, hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann! Ich meine, Sam! Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen! Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da war etwas... Chris... Chris, ist okay. Du bist nur... Wir... Wir beide... Sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir... Wir müssen uns zusammenreißen. Ja, geht das? Chris... Lass uns... Lass uns Ruhe befangen. Oh, während wir hier unten langsam wäre! Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Wow! Das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle? Ist denn hier Luft... Wow! Oh Gott, hab ich mich geschrocken! Du bist drangestoßen, oder? Bist du drangestoßen? Ich glaub... Ich glaub nicht! Ich mein... Ich weiß nicht! Menster! Was denn? Mini-Einrichtung? Nein! Eine ganze Szene mit Puppen und so! Ja! Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel... um damit zu spielen! Warte! Frisk! Frisk! Der Geist! Was? Hast du's nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt! Du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier! Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh und... Pass einfach nicht auf! Da war was! Da war ein Geist und es ist aus wie Hannah! So wie Hannah! Warte, 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 warte! Oder mehr wie Beth! Scheiße, Ash! Was? Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht! Vielleicht... Das tun sie nicht! Weil es Geister gar nicht gibt! Okay? Okay! Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance Chris? Ich weiß es nicht! Was war das? Wie kann ein Bild einfach schon von der Wand fallen? Hier ist kein Griff dran! Sackgasse! Sackgasse! Na bitte! Oh mein Gott! Da! Da Chris! Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast! Oh, das ist äh... Siehst du? Das ist äh... Du siehst es du? Ich weiß nicht! Ich... 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 Das ist völlig verrückt! Chris! Es zeigt uns den Weg! Chris! Es zeigt uns den Weg! Oh... Das ist unglaublich! Ich glaub, der Gast wollte mir das zeigen! Wie... Was? Wow, 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 wow! Was ist denn hier los? Oh Gott! Sieht fast aus... Nicht nur fast! Das seid ihr! Im Versteck! Wartet auf Hannah! Letztes Jahr! Aber es ist genau... Ich meine, genau da hab ich gesessen! Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut! Der dabei war! Oh...